Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir haben ein Problem tatsächlich und deswegen müssen wir heute mehr oder weniger mal reden. Unser Anhänger wurde anscheinend als gestohlen gemeldet und ich wurde tatsächlich schon gesperrt auf einem eBay-Kleinerzeigen-Account. Warum das ist? Ich verkaufe meinen Anhänger und einige dachten wohl, es verkauft hier jemand meinen Anhänger und haben das Ganze gemeldet und jetzt, ja, wurde ich für eine gewisse Zeit bei eBay-Kleinerzeigen gesperrt und ja, tatsächlich, ihr habt richtig gehört, ich verkaufe tatsächlich meinen Anhänger und ich will das jetzt hier mal klarstellen und gerade rücken, ja, tatsächlich, ich bin diese Person, die meinen eigenen Anhänger hier verkaufen möchte und warum ist das so? Wir möchten uns vergrößern oder haben uns vergrößert, wir haben uns was Neues gekauft, ein neues Projekt, ja, das wird jetzt so in den nächsten zwei bis drei Wochen ungefähr kommen, das wird dann so ein richtig riesiges Winterprojekt für uns vor allem, also wir vergrößern uns hier schon stark zu unserem Anhänger. Was es dann wird, werden wir euch natürlich in den nächsten Videos dann vorstellen. Warum wir uns jetzt hier trennen, ist ganz klar, also unser Sohn wird größer und es wird dann zu dritt schon langsam wirklich eng in dem Dachzelt und wir wollen so nicht weitermachen und wollen deswegen auch hier uns ein größeres Projekt zulegen. So wie er da steht, wird er auch verkauft, also das heißt, wir werden weiterhin die Lithium-Batterie drin lassen, unsere Kühlbox bleibt drin, unsere Kompressor-Kühlbox, wie ihr es aus den Playlists eigentlich kennt. Wer die Playlist natürlich noch nicht kennt, kann hier oben gerne mal reingucken und sich diesen ganzen Bau mal so angucken und natürlich bleibt auch das Solarpanel dran, das Dachzelt bleibt so drauf, der Deckel bleibt. Also genau so wie er da steht, genauso wie wir beim TÜV mit dem Anhänger waren, genauso wird er auch verkauft. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wer Interesse dran hat, schreibt mich einfach gerne an, wir können gerne über das Ganze hier reden und vor allem, wenn ihr Zuschauer seid, dann natürlich noch lieber, weil ich gebe das ganze Projekt, vor allem, weil es eine Herzenssache ist, wirklich lieb und gern an einen Zuschauer, wo ich weiß, der baut noch ein bisschen was dran oder schickt mir mal ein paar Bilder, was er noch dran gebastelt hat, was ich jetzt nicht gemacht habe. Das wäre richtig cool und das würde mich richtig, richtig freuen. Wir gucken uns jetzt das nochmal an. Wir hatten ja hier im vorderen Bereich einen Seitenauszug eingebaut, das kennt ihr ja jetzt alles schon und der war auch wirklich sehr, sehr praktisch, den konnte man wirklich auf volle Breite ausziehen und darüber haben wir dann auch einen Wasserfüllstutzen gehabt, um unseren Wassertank im Inneren mit 45 Litern auffüllen zu können und das war schon richtig, richtig cool gemacht und ich würde diesen Auszug auch nicht mehr missen wollen, weil der war wirklich das Nonplusultra an diesem ganzen Ausbau, der hat hier nochmal eine riesige Staumöglichkeit geschaffen und das fanden wir schon sehr, sehr praktisch und wir hatten den im Urlaub jetzt auch permanent draußen und mussten da unsere Gasflaschen rausholen, unsere Lebensmittel, also das war schon cool. Das Solarpanel, das hat ja 90 Watt, ist von Active, reicht völlig aus. Natürlich, wenn der Anhänger mal im Schatten ist oder Schatten gedreht wird, weil man will ja meist nicht in der Sonne stehen, dann sollte man hier an die MC4-Anschlüsse, die da drunter sind, vielleicht noch ein mobiles Solarpanel anschließen, um hier einfach die Sonne besser mitnehmen zu können. So haben wir das jetzt gelöst und das hat auch wirklich vollkommen ausgereicht. Wir hatten eigentlich die Lithium-Batterie immer so auf 75 Prozent, wir haben die nie leer bekommen, sagen wir so viel dazu. Unten nochmal einen Landstromanschluss, falls ihr auf einem Campingplatz seid und hier jetzt nochmal tatsächlich die Batterie laden möchtet, weil vielleicht seit Tagen keine Sonne scheint, dann könnt ihr das hier drüber machen, auch über eine Powerstation könnt ihr hier einfach anstecken und dann lädt im Inneren die Batterie. Genau, schauen wir einfach mal noch in den Anhänger. Hier im Hinteren hatten wir ja noch so ein paar Spannverschlüsse befestigt, damit man den Deckel schön verschließen kann, dass der nicht rumklappert und jetzt heben wir das einfach mal hoch. Genau, ja es tut schon weh, also es tut schon tatsächlich weh, hier das jetzt aufgeben zu müssen oder hier das neue Projekt dann anfangen zu müssen, weil das ist doch schon eine Herzensangelegenheit gewesen. Wir haben jetzt hier zwei Jahre dran gebaut, gibt man nicht so leicht ab, aber wie gesagt, wir haben den Platz auch nicht und wir müssen hier schauen, dass wir das nächste Projekt unterbekommen, weil wie gesagt eine neue Halle oder so mieten wollte ich jetzt auch nicht. Deswegen, dafür sind wir einfach noch kanaltechnisch zu klein, aber mal sehen, was in der Zukunft kommt und dann kann man auch gerne mal so ein Projekt behalten, aber das ist bei uns jetzt einfach nicht drin, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen, wir müssen diesen Weg gehen und endet was, dann fängt was Neues an. Und jetzt schauen wir uns das hier nochmal ran oder an. Genau, jo, also wie ihr es schon kennt, hier die Kühlbox, die bleibt wie gesagt drin, also ändert sich auch nichts. Das ist mein Küchenausbau, der Gaskocher, all das bleibt drin. Hier der Wassertank mit der Wasserpumpe, also das alles kennt ihr ja schon da hinten. Unser Victron Ausbau mit den Victron Smart Geräten, also alles App gesteuert, auch die Batterie App gesteuert. Also das alles bleibt drin. Und ich glaube, was ihr noch nie in den Videos gesehen habt, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich noch den Schlüssel finde. Ich habe irgendwo den Schlüssel, genau hier, da haben wir so eine kleine Fernbedienung. Und mit dieser Fernbedienung kann man das Deckenlicht anmachen und das kann man auch dimmen. Also man kann es hier jetzt so runter dimmen, jetzt wird es hell und dunkel. Genau, und da vorne sitzt nämlich ein Dimmer drin, wir können das mit der Fernbedienung steuern. Genau, also eine coole Sache, vor allem abends, wenn man den Deckel offen hat und man sich so eine coole Runde setzt und einer kocht und macht das Deckenlicht an, das war schon sehr, sehr nice, muss man schon sagen, gefällt mir sehr gut. Ist ein Eyecatcher, tatsächlich, finde ich cool. Würde ich auch wieder so machen, weil beleuchtungstechnisch, man hätte eine Lampe hinklatschen können, fand ich jetzt aber nicht so cool. Ich fand es so eine coole Decke mit so einem Panel und Aluleisten mit LED-Streifen und Dimmer und Fernbedienung. Ist halt wieder so eine Spielerei, aber es ist cool und gefällt mir immer noch. Ja, ansonsten, viel gibt es da gar nicht zu sagen. Der TÜV kriegt dann einen neuen und sonst steht er da, wie er da steht, alles dabei, alles drin. Ihr könntet den Anhängern losfahren, direkt in Urlaub. Natürlich kommt jetzt der Winter, ungünstigste Zeit, aber wie gesagt, wir brauchen den Platz. Und ansonsten, alles eingetragen beim TÜV, ganz wichtig, wir haben ja ein TÜV-Video dazu gemacht. Die Reifen sind extra nochmal eingetragen worden, obwohl es nicht notwendig war. Das Dachzelt ist mit und ohne eingetragen, also ihr könnt ohne rumfahren, ihr könnt mit rumfahren, extra Höhe eingetragen. Alles nochmal vermessen und alles eingetragen, soweit. Also ihr müsst da nichts befürchten. Und genau, wie gesagt, soweit gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Baujahr ist der Jahr 2020. Jetzt haben wir 22, genau zwei Jahre alt. Das heißt, der TÜV ist jetzt auch fällig, kriegt dann neu, wie gesagt. Und wir waren Erstbesitzer, erster Hand. Wir haben ihn ja neu gekauft. Das habt ihr alles gesehen in der Playlist. Schaut gerne da rein. Und ansonsten, mehr gibt es gar nichts dazu zu sagen. Wir trennen uns von unserem Anhänger. Sehr, sehr schade. Folgt uns gerne trotzdem. Es wird ein neues, cooles Projekt geben. Wir müssen uns leider trennen. Ist so, wie es ist. Und wer nichts verpassen will, gerne Glocke aktivieren, Abo da lassen und sich schon mal freuen. Denn das nächste Projekt wird mindestens genauso cool. Und wir werden auch wieder dafür sorgen, dass das nächste Projekt genauso cool dasteht wie unser Anhänger jetzt. Weil ich finde, kann man nicht anders sagen, der Anhänger ist cool geworden und der Anhänger ist gut geworden. Ich finde, so wie er dasteht, top. Und genau so will ich ihn auch abgeben. Und mit dem nächsten Projekt wird es genauso. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war es schon. Kleine Information. Schönen Tag euch und bis zum nächsten Video. Ciao.